Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine Box für euch, die aus der Schweiz kommt. Ganz ganz aufregend für mich. Und zwar ist das diese hier. Das ist die La Petite Box. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Box kommt regulär aus der Schweiz. Wir haben hier aber einen Absender aus Deutschland draufstehen. Und das Modell der Abos ist sehr sehr unterschiedlich. Das heißt, du kannst wirklich zwischen 55 und 79 Euro für die Box ausgeben. Je nachdem, welche Aboform du wählst. Die erscheint monatlich und soll sieben sehr 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 hochwertige Produkte enthalten. Ich bin gespannt, was die liebe Kerstin mir hier reingepackt hat. Und vor allem, welche Ausgabe ich hier habe. Ich schätze, ich habe die September Ausgabe mit meinem Code, den ich dir hier mal einblende. Kannst du 15 Euro sparen. Ich habe aber nochmal alle Informationen hier in der Box und das mache ich mit euch zusammen auf. Und ich darf in diesem Video eine Box in einen von euch verlosen. Alles, was du dazu wissen musst, steht unten in der Infobox verlinkt. Und Teilnahmebedingungen und alles mögliche. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich bin super gespannt, was diese Box zu bieten hat. Denn 55 Euro als günstigstes Abo-Modell pro Monat ist schon ganz schön teuer. Okay, wir haben hier tatsächlich neben ein paar Flyern den ersten Blick. Und genau, hier ist einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist mit den unterschiedlichen Produkten. Ich schaue mal, ob da die Preise beistehen. Ja, in Schweizer Franken, das rechne ich euch einfach mal um. Und genau, hier haben wir dann direkt in dem Versandkarton die Produkte. Und hier darunter befinden sich die Produkte. Da rühren wir uns gleich mal durch. Hallo liebe Fashionista. Der Sommer neigt sich dem Ende zu und der farbenfrohe Herbst hält Einzug. Wir hoffen, dass es dir weiterhin gut geht und du optimistisch in die Zukunft blickst. Safe. Es liegt eine Phase der Entschleunigung hinter uns. Vieles lief einfach etwas langsamer ab und wir mussten uns alle darauf einstellen. Wir sollten es auch als Chance begreifen, uns vor der Hektik des Alltags zu erholen, die uns für gewöhnlich umgibt. Eine fernöstliche Weisheit besagt, treib den Fluss nicht an, lass ihn strömen. Um diese persönlichen Auszeiten voller Genuss zu zelebrieren, haben wir dir wieder eine Auswahl an besonderen Produkten in deine La Petite Box gepackt. Neben modischen Accessoires wirst du auch wieder hilfreiche Beauty-Produkte finden und leckere Köstlichkeiten, um die MeTime auch kulinarisch zu genießen. Viel Spaß beim Unboxing. Und da haben wir die Bilder abgebildet von Kerstin, Sarah, Martha und der lieben Barbara. Das finde ich auch schön, dass du hier einfach die Ladies mit drauf hast, die diese Box gemacht haben. Das finde ich echt klasse. Ja, und das scheint Kerstin zu sein, wenn die Bilder in der richtigen Anordnung sind, das heißt die Lady, mit der ich tatsächlich geschrieben habe. Ja, liebe Guste Kerstin, richtig cool. Ja, ich will gar nicht weiter stöbern. In diesem Heftchen steht dann auch tatsächlich drin, was es für Produkte sind und Anwendungshinweise. Aber ich möchte die Box jetzt öffnen, denn sie ist super schwer. Da bin ich echt gespannt. Habe spricht mir schön an. Das ist so orange und rosa, was mich hier anspringt, sage ich mal. Okay, wir fangen mal mit dem Food-Produkt an. Das ist von Wolvik Orange Holunderblüte. Ohne Zucker und Zusatzstoffe. Richtig toll. Und da sind, ja, 750ml drin. Das ist ein Produkt, was ich tatsächlich auch schon das ein oder andere Mal hier zu Hause hatte und probiert habe. Das ist ein stilles, ja, natürliches Mineralwasser, also ein stilles Mineralwasser. mit ein bisschen Orangen- und Holunderblüten-Extrakt-Geschmack. Da sage ich mal Prost, denn es ist warm und ich kann es gut gebrauchen. Wirklich lecker. Sehr, sehr erfrischend. Schmeckt noch besser, wenn du es halt frisch aus dem Kühlschrank trinkst oder mit ein paar Eiswürfeln drin oder so. Mega geil. Das nächste Produkt, was ich rausnehme, ist nicht unbedingt was für mich. Habe ich jeden Tag Bock, sich die Haare zu waschen. Ich persönlich mache das trotzdem. Von Batiste haben wir ein Trockenshampoo mit Coconut and Exotic Tropical. Das ist dieses hier. Diese Duftrichtung habe ich ja noch nie irgendwo gesehen. Aber es ist super ansprechend und, ja, gefällt mir. Da sind Flamingos drauf. Das ist süß. Genau. Aber ich benutze kein Trockenshampoo, weil ich einfach, ich wasche mir einfach dazu auch, ehrlich gesagt, viel zu gerne die Haare. Ich finde es immer super entspannt, wenn ich abends unter der Dusche stehe und dann das Shampoo einmassiere. Und es ist auch so, ich finde es super angenehm. Das ist echt, das, ja, kann sowas leider nicht ersetzen. Okay, was haben wir hier? Ach, schön. Ja, den wollte ich mir kaufen von L'Oreal Ultramatt Liquid Lipstick Les Macarons. Das ist dieser hier. Ich habe dann davor zurückgescheut, weil ich dachte, ach komm, der ist halt matt, ne? Und matte Liquid Lipsticks, das ist immer so eine Sache. Das ist die Farbe 820 Praline de Paris. Das ist einfach voll meine Farbe. Ich liebe sowas. Ich habe nämlich gehört, dass die halt auch echt gut sein sollen und gut riechen sollen. Oh, das sieht ja schön aus, ne? So ein abgeknicktes Füßchen hat auch so ein Löchlein drin. Der riecht echt mega geil. Oh, so ein schöner Mauve Rosenholzton. Mega Farbe, oder? Der gefällt mir richtig gut. Der fängt jetzt so langsam an zu trocknen auf meinen Lippen. Fühlt sich aber super samtig an. Und das hat funktioniert ohne Nippleiner. Mega geile Farbe. Doch, also das mag ich gerne leiden. Passt sogar jetzt auch so ein bisschen zum Augenlook. Also, mir gefällt der. Ist der nicht schön? Oh, mag ich gerne leiden. Bin jetzt gespannt, wie der sein wird, wenn er trocknen wird. Aber das werden wir hoffentlich in diesem Video auch noch erleben. Als nächstes haben wir hier wieder ein orangenes Produkt. Oh, von Dr. Hauschka Gesichtstonicum. Das ist ein Toner mit 30ml. Das finde ich toll. Ich mag Toner. Toner sind einfach auch wichtig. Das ist eine Limited Edition. Aktivierendes Gesichtswasser stärkt die Haut. Das gucken wir uns mal an. Oh, ist das ein Sprayer. Ich liebe Sprayer. Das ist einfach so sinnvoll. Und ja, ne? Oh, das ist toll. Den kann man sich dann halt entsprechend aufsprühen, wenn man das Gesicht gereinigt hat. Und dann macht man das, bevor man die Gesichtspflege aufträgt, drauf. Und das soll dann erfrischend wirken. Ich weiß nicht, ob man den auch über dem Make-up tragen kann. Ich glaube eher nicht. Deswegen lasse ich das jetzt auch einfach mal. Aber auf jeden Fall eine coole Geschichte. Da haben wir jetzt auch schon Pflege drin gehabt. Hier haben wir ein kleines Säckchen drin. Ich weiß nicht, was da drin ist. Das ist einfach ein kleines schwarzes Säckchen. Oh, ein Armband. Wie schön. Upsala. Wie schön. Das ist hübsch. Ach, guck mal. Passt mir das? Ich habe immer einen relativ nicht ganz so dünnen Arm, um das mal ganz ehrlich zu sagen. Das ist dann manchmal schwierig mit Armbändern. Aber das passt. Cool. Das sieht auch so Gold aus. Ich weiß nicht, ob das echt Gold ist. Hat auch so einen Coin vorne dran. Also, ne? Bisschen schade, finde ich, dass dieser Anhänger halt auch direkt hier an dem Verschluss ist. Das hätte ich vielleicht lieber gehabt, dass der so mittig platziert ist, damit man den halt auch so hier oben tragen kann. Weil so wird es dann halt immer runterrutschen und sich dann hier befinden. Das ist ganz süß. Doch. Was ist das denn für ein Coin? Das ist so ein indianischer Häuptling. Ein Indianer Häuptling abgebildet. Okay, hier steht es auch drauf. Das kostet 69 Schweizer Franken. Was ist denn das in Euro? Ist das nicht sogar... Boah, ist das nicht 50 Euro oder so? Goldkette mit Coin. Ganze 20 Jahre wartete Penelope angeblich auf ihren Odysseus. Solange wirst du sicher nicht auf deinen Traumprinzen warten müssen. Nö, mit dem bin ich bald 15 Jahre zusammen. Womöglich hast du dein Herzblatt auch schon links gefunden. Yep. Mit den sanften Fesseln der Weiblichkeit lässt er sich gerne von dir an die Kette legen und bleibt dir gerne treu. Joa, ich verlinke euch hier oben mal ein Video, Leute. Oh mein Gott. Ähm, ja. Das wunderschöne vergoldete Armband soll dich mit dem Kopf eines antiken Adonis darin erinnern, dass die Gegenwart ebenso spannend sein kann wie eine phantasiereich erzählte Geschichte. Eine Gegenwart, die ständig fortgeschrieben wird und in eure gemeinsame Zukunft mündet. Viel Spaß mit deinem neuen Armband und deinem ganz persönlichen Adonis. Selbstverständlich kann das je nach deiner Vorliebe auch eine schöne Helena sein. Aber das sieht doch nicht... Das sieht... Ist das ein Adonis? Okay. Ich hätte jetzt eher gedacht, weil man sieht ja schon irgendwie das Gesicht, ne? Ich hätte jetzt gedacht, dass der Kopfschmuck, den er hat, nicht seine wunderschönen Haare sind, sondern dass es ein... Ähm... Ja. Dass es so ein Federgedönsen ist. Aber gut, ja. Es ist ein gut aussehender junger Mann, der hier abgebildet ist, ne? Also das soll symbolisieren, dass ich dann meinen Traumprinzen an die Kette legen kann. Finde ich irgendwie witzig. Sirocco Single. Was ist das? Das weiß ich nicht. Es ist ein Kärtchen. Es ist Gold. Es hat einen kleinen jungen Mann drauf, der eine Tasse auf dem Kopf trägt oder einen Wasserkrug und es sieht edel aus. Ich weiß nicht. Lass uns mal reinschauen. Es ist ein Tee. Okay, witzig. Sirocco Tee. Lemon Beach. Ein Früchtetee. Warum ein Edel... Ein Tee so edel einzupacken, ne, Leute? Das finde ich witzig. Raffinierte Früchtekomposition aus weißem Hibiskus und marokkanischer Biominze. Abgerundet mit saftig süßer Orange und Zitrone. Eisgekühlt genossen. Eine willkommene Erfrischung auch für heiße Tage. Das finde ich cool. Ich mag auch gerne, wenn ich Tees einfach so kalt trinken kann und mir die einfach in einen Krug reinmache und dann über den Tag verteilt trinke. Das gefällt mir ganz gut. Finde ich super witzig, dass hier einfach mal so eine super edel eingepackte Teegeschichte drin ist. Gut, wenn man 55 Euro im Monat für die Box ausgibt, dann sollte die halt auch wirklich sehr hochwertig rüberkommen. Das stimmt wohl. So, hier haben wir jetzt etwas drin und das finde ich richtig geil. Urban Beauty United Smoky Eye Brush Kit. Hier haben wir ein Pinsel Set drin und das sind Pinsel, die pinke Pinselhaare haben. Das finde ich so, so schön. Das ist ein Blender, ein Smudger und ein Definer. Also sowas, das kann man so gut gebrauchen. Das finde ich so klasse. Leute, ihr wisst, ich bin ein Pinsel Fan. Hier oben habe ich meine Pinsel Sammlung einmal verlinkt. Yeah. Das ist aus Nylon Fasern. Genau. Der Trick für den Smoky Eye Look stufen sie ihren Lidschatten ab. Okay. Ja, das ist halt, ne? Wenn man das immer weiter nach außen ausblendet und dann so einen schönen Blend auch nachher von dem Schwarz hinbekommt, kann ich auf jeden Fall mal unterschreiben. Irgendwann mache ich euch auch mal so einen richtigen Smoky Eye Look und schmink den mal hier auf YouTube für euch. Das sieht auf jeden Fall super hochwertig aus. Was kostet denn dieses Pinsel Set? Urban Beauty United sagt mir nämlich gar nichts. 1990 in Schweizer Franken. Das heißt, in Euro, ich weiß nicht, 15 Euro oder so kostet das dann nicht schlecht für drei Pinsel, ne? Wir sind noch lange nicht fertig, Leute. Wir haben erstmal eine kurze Keksgeschichte hier drin und zwar ein Keks von Faro. Das finde ich toll. Äh, Gützli. Gützli. Ein Grüßchen. Wahrscheinlich. 50 Cent. Oder was? Gibt es Cent bei Schweizer Franken? 0,50 Schweizer Franken. Jo, das ist ein Zitronenherzli. Dann probiere ich doch mal das Zitronenherzli. Also die Box hat viel mit Liebe zu tun, oder? Irre ich mich da. Oh, der riecht so lecker nach Zitronenkuchen. Mh, lecker. Jetzt noch ein Kaffee dazu. Mh, mh. Als nächstes haben wir etwas drin, was ich richtig cool finde, weil das passt natürlich auch farblich zum Lippenstift. Ich glaube nicht, dass das ein Tangle-Teaser ist, weil das würde dann draußen dran stehen. Aber so was ähnliches. Ist das schön. Und dann kann man das, weil das halt in Reise-Kompaktform zusammengemacht ist, eigentlich auseinanderziehen. Hallo? Ist das irgendwo? Hallo? Okay, das lässt sich wirklich schwer lösen voneinander. Wir haben hier drin aber halt so eine Entwirrungsbürste für die Haare. Da sind die Borsten jetzt hier leider ein bisschen verbogen, um das mal so zu sagen. Ja, aber das tut dem Durchbürsten ja keinen Abbruch. Ja, und praktisch ist halt, dass du dann direkt dieses Ding hier wieder auf dieses Ding hier setzen kannst. Also, dass du quasi die Bürste wieder verschließen kannst, wenn du sie nicht mehr brauchst. Und dann kannst du die einfach bei dir in die Tasche schmeißen. Man muss ein bisschen mehr Kraft aufwenden, um das Ding auseinander zu kriegen. Mir gefällt die Optik richtig, richtig gut. Ich finde das total schön. Ich habe nur halt eine da. Deswegen brauche ich jetzt keine zweite. Boah, das kommt so echt nicht auseinander. Wieder jetzt zusammengemacht. Ich weiß nicht, irgendwas mache ich falsch. Oder das muss ich erst noch ein bisschen abnudeln. Ich weiß es nicht. Es hält auf jeden Fall sehr, sehr gut zusammen. Ich persönlich mag solche Bürsten richtig, richtig gerne. Weil ich habe echt lange Haare, was man jetzt gerade nicht sieht. Aber die gehen mir echt also sehr, sehr weit runter. Dementsprechend hilft es mir einfach, eine Entwirrungsbürste zu haben, ohne dass ich immens viele Haare verliere beim Durchkämmen. Und deswegen finde ich solche Geschichten richtig, richtig gut. Hier haben wir etwas richtig Großes. Nochmal separat eingepackt. Also das wird edel sein. Ja, oder halt auch aus Glas. Das hier ist eine Trinkflasche von La Petite Box. Also die haben tatsächlich auch eigene Produkte dann im Sortiment. Das finde ich auch schön. Und da kann man zum Beispiel den Tee reinmachen und den Tee entsprechend auch daraus trinken. Und ja, hat die dann auch immer mit dabei. Finde ich extrem schön. Du hast hier so ein bisschen dieses, ne, Bio-Teas außen drum zu. Das finde ich richtig, richtig schön. Also sowas kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass ich mir das auf die Arbeit halt stelle, um da mein Getränk rauszutrinken. Weil du hast hier auch einfach etwas, ne. Da kannst du auch so draus trinken, wenn du halt ein Flaschenkind bist, so wie ich. Ansonsten habe ich da immer meine Wasserflaschen halt stehen, die ich dann mir auf den Tisch stelle. Und ja. Okay, dann haben wir als letztes hier noch drin von Dr. Hauschka ein Magazin. Let Nature In durch den Self-Care Tag mit Farah Ibrahimi. Nacki ist unsere Kosmetik 100% vegan. Okay, das ist ein Buch. Äh, ja. Oh, ein schöner Bildbuch. Was? Ein schönes Buch. Hoch. Nacki Haut. Ganz viel Nacki Haut. Ich werde gleich rot, Leute. Ja. Passt aber auf jeden Fall dann zusammen mit dem Gesichtstonikum, was wir in der Box mit drin hatten. Deswegen da einfach nochmal ein bisschen Information. Und ja, finde ich aber auch ganz gut. Mal etwas anders als so ein klassischer Flyer, oder? Das war die La Petite Box, die gar nicht so klein war, um mal ganz ehrlich zu sein. Ich finde es sehr, sehr interessant, wie unterschiedlich weit voneinander entfernt diese Preise sind. Entweder 79 Euro für eine Einzelbox oder 55 Euro, wenn du die halt monatlich bekommst. Das ist schon sehr, sehr weit auseinander. Also das kenne ich so normalerweise von den Boxen ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber zum Austesten hätte sie ja 79 Euro gekostet. Und ich fande das als Einblick schon mal ganz interessant. Ich denke auch werttechnisch liegen wir relativ weit hoch, liegen wir recht hoch. Weil allein das Armband ja auch schon sehr, sehr, sehr hochpreisig ist. Ähm, es rechnet sich aber schon, ne? Den Liquid Lipstick, dazu kann ich sagen, der ist jetzt noch ein bisschen bappig. Wenn ich meine Lippen so richtig aufeinanderpresse, kleben sie noch ein bisschen zusammen. Und ich habe den jetzt ungefähr 20 Minuten drauf, wenn ich mal auf die Zeitzeige schiele. Und ja, denkt auf jeden Fall an den Gutscheincode über 15 Euro. Mit dem Code Claudi kannst du da entsprechend ein bisschen sparen, was ich echt gut finde. Und zusätzlich darf ich ja auch noch eine Box verlosen. Alles dazu in der Infobox. Schaut da gerne einfach mal vorbei. Also vielen, vielen Dank an das liebe Team von La Petite Box. Ihr habt mir einen tollen Einblick gegeben. Es sind sehr, sehr hochwertige Produkte und sehr schöne Produkte. Das ist schon sehr speziell ausgewählt und es hat mir echt gut gefallen. Und ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.